Schwein! Da wollen wir hin! Auf geht's! Zum Schwein! Ich muss meinen inneren Schweinehund bekämpfen. Ich kann sogar mit der Waffe jetzt schießen, wenn es sein muss. Dieser geil! Aber eigentlich egal, weil ich jetzt durch war. Tü-tü-tü! Moment mal, da ist ja noch zu verkaufen. Mahlzeit! Okay, okay. Ja! Alles weg! Kaufen und anpassen. Ich möchte bitte als Waffe eine gute AK-47 haben. Joa, so ist gut. Und jetzt nochmal nachfüllen. Ich hoffe das hilft dir auf deiner Reise. Ja, ich denke es, ich denke es, dass es hilft. Sehr gut, da habe ich mich nicht entdeckt. Also einfach ignorieren. Scheiße, ich hätte da nur noch was spritzengekommen sollen. Mist! Geist das immer wieder. Weil es den ja automatisch erfüllt. Kann ich da dran drehen? Naja. Es müsste markiert sein, um dran drehen zu können. Hoppala! Fak, Soma! Fak, Soma! Fak, Soma! Fak! 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 Was bin ich denn halt für ein Schwarzschütze? Fak! Fak! Das ist ja unmöglich! Fuck. Wo müsste er jetzt plötzlich anders markiert? Fuck. Du bist groß jetzt und jetzt. Ja. Nein. Nein. Das Messer hat nicht funktioniert. Wo bin ich jetzt? Ne, was mache ich denn hier hinten? Das ist irgendwo eine Schnellreise. Ein Scheiß. Gut, brauchen wir nochmal die Strecke. Sorry Kollegen. Ui. Es folgt an Ankündigungen des Stereums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Hey, ich würde das ja weiterlaufen lassen, aber... Fölf Kürat ist die beste Radioshow aller Zeiten! Reiner Zeiten! Was flieht denn dort von mir? Da sind die kacken Wölfe wieder, die will ich nicht. So, jetzt bin ich wieder hier und mal sehen, ob die da unten immer noch stehen. Naja, das ist mittlerweile gezogen. Ich habe mit Angst eingejagt in meinem früheren Leben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Achso, ich wollte Schweine suchen. Für eine größere Beutetasche. Ey! Ja, das ist richtig. So, unsere Wurzeln zurückkehren. So, wollen wir mal gucken, ob wir irgendwo in Zwei nicht finden. Weil wir sind jetzt genau mitten im Schweinegebiet. Was sagt sie? Ey! Hey! 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 mit dem LKW. Falls ich lieber ausschaue nach Schweinen. Sie sind schon Hammer 1. Na. Wir brauchen noch eins. Sind das Schweine? Sieht aus wie Affen, hör. Jo, das sind Affen. Na ja, nehmen wir mit. Beutetasche fast voll. Das ist nicht gut. Wir brauchen bloß noch Schweine. Dann haben wir eine größere Beutetasche. Noch einer. War doch gerade noch einer. Scheiße. Sag mal, ist das denn ernst? Also entweder bin ich wirklich zu bescheuert zum Schießen. Na, das kann doch an mir liegen. Zurück zum eigentlichen Sinne. Da ist ein Affen. Aber ich suche Schweine. Suche ganz normale Schweine. Das Gefühl, die hauen ein bisschen ab, die Schweine, durch das, was ich die ganze Zeit mochte. Verschwillt ein Schusswechsel. Irgendwo muss doch so ein Schwein sein. Tötet sie? Tötet sie? Tötet sie? Er ist da unten. Tötet sie? Tod von oben. Nein. Das Ding ist doch scheiße. Sauber Kill, oder? Richtig. Jetzt zurück zum Thema Schwein. Beutetasche. Ich brauche drei Schweine heute. Und ich habe zwei. Musste irgendwo noch so ein Schwein rumwirken. Müssen mich ver- Ist das dein Ernst? Hat mir grad dieser dämliche Geier das Schwein geklaut? Na gut. Muss ich es selber nicht killen. Wenn es andere für mich machen. Herstellen. Beutetasche. Ja. Guck mal, Tigerfisch. Jetzt kann ich dich weiterherstellen. Gut, jetzt kann man erstmal hier in Ruhe weitermachen. Was ist das denn? Ist das ein Außenposten? Ne, ist irgendwas anderes, hä? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Da mich nicht sieht, dass ich hier noch im Rückspiegel rumlobe. Es gibt keine Linderung! Mal gucken mal darüber, die machen das schon. Die haben damit angefangen, also können sie sie fertig machen. Tür da! Was kann ich denn bei dem hier machen? Diese Männer mit den Kapuzen, die sind nicht wie der Rest der Armee. Die sind schneller, tödlicher. Sie reden mit Tieren. Tö, ich müsste irgendwie reinkommen. Eh! Achso! Ja! Finde ich auch! Richtig! Ein Elefanten ist man Wissen für Wissen! Noch ein weißer Rad. Darf ich denn hier rein irgendwie? Ich kann doch hier was verkaufen, oder? Dann halt nicht. Was ist denn das hier für ein Buch? Ah ne, das ist ein Propaganda-Plakat. Weg damit! Ja, sehr schön! Gut, das ist so was Großes wie hier. Wie Banapur. Plus ohne Wegpunkt. Hm. Merkwürdig. Ich würde sagen, wir übernehmen hier die nächste Kampagnen-Mission. Ich möchte heute wenigstens noch eh was für eine Kampagne machen. Jetzt sind wir wo wir verkaufen können. Das machen wir schnell noch. Sehr gut. Sehr gut. Das noch. Also, na gut. Schnellverkauf. Weg damit. Und auffüllen. gut dann noch. Alles gut.